Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf meinem kleinen und bescheidenen YouTube-Kanal Martin Hofmeister Unboxing. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja Freunde, ich habe wieder eine neue Buck Roger Pistole und zwar aus dem Universum von Xiaomi gibt es den neuen H9 Pro von Jimmy. Ein Staubsauger, der seine Konkurrenz absolut in den Schatten stellt. Der Karton, die Verpackung ist so groß, sie passt diesmal gar nicht hier auf den Esstisch von mir, wo ich sonst immer die Produkte vorstelle und deswegen seid gespannt, was diese Pistole alles so kann. Nach dem Intro geht's los. Ja, willkommen zum Jimmy H9 Pro. Also was ihr hier alle seht, befindet sich tatsächlich in der Verpackung und zwar in dieser Verpackung hier. Sie ist wirklich nicht groß, aber die Leute, die sich darüber Gedanken machen, wie das alles hier reinpasst, ja, die haben wirklich was zu tun. Also das Auspacken macht ihm einen Spaß, weil ihr seht, ihr habt unheimlich viel Zubehör. Ja, zudem, wenn ihr euch fragt, dass das hier ist, das ist der Fuß von dem Ständer. Ihr könnt den Staubsauger, den H9 Pro jetzt einfach dort dran aufhängen. Hier ist der Stab dazu, das gehört auch dazu. Das zeige ich euch gleich komplett. Und dann braucht ihr diese Ladung, die Halterung für die Ladung, die braucht ihr dann nicht mehr an der Wand bohren. Und das muss man ja auch heutzutage nicht mehr. Das gehört auch zu der Halterung. Hier habt ihr nochmal, wenn ihr den Akku separat aufladen möchtet, könnt ihr das hier in dieser Fassung machen, in diesem Ladegerät. Dann die üblichen Verdächtigen. Hier die normale kleine Bürste, die Tastaturbürste, die ihr hier draufsetzen könnt. Dann natürlich noch eine weitere Rolle mit Borsten und auch Gummilamellen, auch dabei. Dann habt ihr hier die kleine, ich sage immer, Milbenbürste dazu. Könnt ihr zum Absaugen des Sofas nehmen oder auch für eure Matratzen. Da kommt jede Menge raus. Ihr seid wirklich erstaunt darüber. Dann haben wir hier nochmal so eine, ich sage Möbelbürste dazu. Mit ganz feinen Bursten dran. Da könnt ihr wirklich euer Möbeljahr mit absaugen. Das hinterlässt keine Kratzer, ist sehr schön. Dann haben wir hier noch so einen Knick, so einen Winkel. Da kann man eben halt verschiedene Einstellungen mitmachen. Einen flexiblen Schlauch haben wir hier noch. Zum Beispiel, wenn ihr das Gerät mit ins Auto nehmen wollt, könnt ihr dort euer Fahrzeug vernünftig aussaugen. Habe ich was vergessen. Natürlich die Hauptbürste, darf natürlich nicht fehlen. Und die Bürsten sind immer schon von hoher Qualität. Bei Jimmy, das ist wirklich eine gute Sache. Hat hier vorne eine kleine Gummilamelle, dass wenn ihr mal irgendwo gegendonnert, dass ihr da keine Schäden hinterlasst. Keine Beleuchtung ist vorhanden. Also ihr könnt damit nicht in der Nacht saugen. Aber ansonsten alles sehr, sehr hochwertig. Also das ist wirklich ein tolles Produkt, diese Jimmy Staubsauger. Und was ich besonders toll finde, das seht ihr auch hier im Hintergrund immer in den Videos, finde ich hier diesen Knick. Wenn ihr am Saugen seid, ihr könnt einfach hier auf den Knopf drücken, dann könnt ihr unter dem Tisch saugen. Ihr braucht euch nicht mehr zu bücken. Und das ist auch eine schöne Sache. Ja und das ist das Herzstück hier. Die Bugroger Pistole mit einem abnehmbaren Akku. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Hier ist er. Und zwar, das ist ein 3000 mAh Akku mit einer Saugleistung von 25.500 PA. Und dieser Akku, den könnt ihr verwenden im Autobetrieb circa, ja ich sage mal 70 Minuten, wenn er voll aufgeladen ist. Wenn ihr im Eco-Modus damit saugt in eurem Haus, in eurer Wohnung, dann soll er wohl für 80 Minuten reichen. In einem Turbo-Modus braucht ihr circa 30 Minuten, oder habt ihr circa 30 Minuten Akkuleistung. Und wenn ihr auf die maximale Stufe stellt, dann soll dieser Akku 17 Minuten reichen. Das ist noch länger wie bei der Konkurrenz. Also demzufolge ist er schon ein toller Akku. Ihr könnt euch natürlich noch einen weiteren Akku dazukaufen, wem das nicht ausreicht. Aber ganz ehrlich, wer saugt denn die ganze Butze auf der maximalen Stufe durch? Das bringt ja nichts. Deswegen ist dieser Auto-Modus, der ist schon eine ganz tolle Sache. Hier ist der An- und Ausschalter. Ihr könnt es hier auch vielleicht sehen. Das wäre jetzt der Auto-Modus. Das ist der Turbo-Modus. Maximal-Modus. Und nochmal der Eco-Modus. Und auch hier bei Eco, da habt ihr schon richtig Power. So, jetzt könnt ihr mich auch besser verstehen. Hier ist die Klappe von dem 0,6 Liter Staubbehälter. Ganz einfach zu entleeren. Das ganze Gerät ist an sich super zu reinigen. Ihr könnt an diesem Gerät eh nichts falsch machen. Zubehör habe ich euch soweit alles gezeigt. Ja, ich denke mal, jetzt geht es mal ein bisschen in das Praktische über. Ich zeige euch mal diesen tollen Ständer, der dabei ist. Ich habe mich echt gewundert, dass das da tatsächlich alles reinpasst. Und dann zeige ich euch mal, wie das komplett aussieht. Seid gespannt und bleibt dabei. Ja, Freunde, das ist er. Der H9 Pro von Jimmy. Mit dem praktischen Ständer, wo ihr wirklich alles aufbewahren könnt. Wir haben hier, wie gesagt, den Jimmy H9 Pro. Hat ungefähr eine Höhe im Stand von 1,20 Meter. Somit steht er sicher. Er kann nicht umkippen. Und dieser Ständer ist innerhalb von 30 Sekunden zusammengesteckt. Ihr müsst nicht schrauben, ihr müsst keine Schrauben festziehen. Einfach zusammengesteckt. Und schon steht er bei euch in eurer Abstellkammer oder wo auch immer ihr dieses Gerät haben möchtet. Wie gesagt, ihr könnt den Jimmy H9 Pro natürlich hier direkt auf diesen Ständer gleich aufladen. Da braucht ihr einfach nur hinten das Kabel einstecken. Oder ihr nutzt hier diesen separat beiliegenden, ja, was soll ich dazu sagen, so eine Ladestation. Da kommt dieser Akku, der wird hier einfach reingelegt. Oder ihr habt zum Beispiel einen zweiten Akku gekauft, könnt ihr ihn hier rüber aufladen. Und der andere Akku wird direkt hier auf dem Ständer aufgeladen. Die Stufen habe ich euch erklärt. Das ist ganz einfach. Es gibt hier vier Stufen. Einfach abziehen und schon habt ihr den H9 Pro in der Hand. Er lässt sich super lenken. Das ist wirklich toll. Und er lässt sich ganz einfach bedienen. Ganz leicht liegt er in der Hand. Und es ist wirklich ein Sauger. Damit macht es wirklich Spaß zu saugen. Egal auf welchem Boden, ob auf dem glatten Boden oder hier auch auf dem Teppich. Es geht wirklich einwandfrei. Möchte ich dazu nochmal kurz sagen. Es gibt natürlich auch noch die Stufe Auto. Ich schalte mal eben drauf. Die habe ich jetzt. Und zwar seht ihr das hier. Und wenn diese Stufe Auto eingeschaltet ist, dann erkennt der Staubsauger den Untergrund. Das heißt, wenn ihr hier auf glatten Flächen saugt, saugt ihr natürlich mit einer ganz anderen Saugleistung, wie als wenn ihr hier auf dem Teppich seid. Achtung, ich führe das mal vor. Vielleicht achtet ihr auch mal auf den Sound. Ich hoffe, das Mikrofon bringt das so ein bisschen rüber. Habt ihr das gehört? Er hat die Saugkraft erhöht. Die Saugkraft geht es hier von alleine. Er merkt, der Untergrund ist ein anderer. Und demzufolge kann die Dreckaufnahme natürlich viel besser auf diesem Teppich von Schatten gehen, als auf diesem glatten Boden. Und das Praktische, das Schöne an der ganzen Sache ist, ihr braucht jetzt hier nur noch einfach auf den Knopf drücken. Achtung. Und ihr braucht euch nicht mehr zu bücken. Ganz einfach. Das ist die neue Art und Weise zu saugen. Ohne einen groben Rücken könnt ihr unter dem Tisch einfach hinwegsaugen. Also wenn das nichts ist, zack, eingeschnappt. Nicht der Staubsauger, sondern das Saugrohr. Und schon könnt ihr weiterlegen. Und seid ihr fertig, hängt ja das Ganze wieder hier auf, auf diesen Ständer. Und er nimmt wirklich keinen Platz weg. Wie gesagt, 1,20 Meter hoch. Zu den Preisen kommen wir gleich. Und das Umstecken zum Beispiel, ihr möchtet jetzt, nehmen wir mal an, das Sofa absaugen. Zieht ihr hier einfach ab, alles per Tastendruck. Steckt den anderen drauf. Schnapp, eingeschnappt. Und schon geht es los hier. Auch hier merkt ihr den Untergrund in der Autostufe. Und ihr könnt ihr ganz einfach euer Sofa absaugen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Natürlich könnt ihr auch ganz einfach damit eure Matratzen, eure Milben, die ihr vielleicht in euren Matratzen habt, auch Schweiß, Salzablagerung, könnt ihr damit hervorragend absaugen. Ihr werdet es nicht glauben, wie viel Salzkristalle ihr in eurem Saugbehälter vorfindet. Das ist unglaublich. Also, äh, war das nämlich. Okay, Freunde. Also, ich kann euch diesen Sauger nur ans Herz legen. Auf diesem Ständer habt ihr alles griffbereit. Auch dieses, ach ja, das zeige ich euch nochmal schnell. Das finde ich auch ganz große Klasse. Und zwar diese Möbelbürste. Die hat es mir ja angetan, muss ich echt zugeben. Da macht selbst dem Mann wieder das Staubwischen Spaß. Einfach draufgedrückt, aufgesteckt. Und ab über das Möbiliar. Die Bürste geht überall hin. Guckt euch das an und schon habt ihr hier alles auf eurem Receiver sauber gemacht. Ja, Freunde. Mein Kurztest, der ist zwar kurz ausgefallen, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin mega begeistert von dem Jimmy H9 Pro. Es ist meiner Ansicht nach momentan der beste Handstaubsauger im Akkubetrieb, den es auf dem Markt gibt. Ich habe sowas Vergleichbares noch nicht vorgefunden. Denn dieser Staubsauger hier, diese Power, diese 25.000 PA, da müsst ihr echt aufpassen, dass euer Läufer nicht weggesaugt wird. Der hat richtig Power. Und mit der Autostufe könnt ihr wirklich euch darauf verlassen, dass die richtige Stufe automatisch ausgewählt wird. Natürlich checkt ihr, was für ein Untergrund vorhanden ist und passt dann dementsprechend auch die Saugstufe an. Also das alleine ist schon ein Highlight, was den H9 Pro wirklich zum Top-Staubsauger macht. Wirklich. Also ich bin mega begeistert. Alleine auch schon für dieses ganze Zubehör, was dabei ist. Es fehlt wirklich einem nichts. Und dann dieser tolle, designte Ständer. Einfach den Staubsauger drauf aufhängen. Er passt jetzt hier gar nicht ins Bild. So hoch ist er. Wie gesagt, 1,20 Meter hoch. Ihr könnt diesen Staubsauger drauf aufhängen und er wird automatisch geladen. Ihr braucht euch um nichts kümmern. Ihr müsst keine lästigen Löcher in die Wände bohren, um die Ladestation aufzuhängen. Es ist noch eine separate, ich sage mal, Tisch-Ladestation dabei. Da könnt ihr den Akku auch, wenn ihr nicht möchtet, dass er auf den Ständer geladen wird, könnt ihr separat aufladen. Dann wie gesagt, das weitere Highlight ist eben dieses Saugen, ohne euch groß bückeln zu müssen. Ihr kommt unter jedem Tisch. Ihr habt hier diesen praktischen Knick. Es ist sogar hier hinten, sehe ich gerade, eine kleine Rolle noch befestigt. Falls ihr doch mal wirklich weiter tiefer gehen solltet, wird auch das Ganze hier, dieser Saugstab, mit einer Rolle befördert. Also es ist wirklich schon eine tolle Sache. Auch hier wieder die Farbauswahl ist toll. Das macht Jimmy eigentlich immer super. Man erfreut sich immer wieder an neuen Farben, die sich natürlich auch hier wiedergeben. An der Pistole, sage ich mal. Ich sage immer Pistole dazu. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich den Akku-Handstaubsauger. Kommen wir zu den Preisen. Das ist ja mal das Wichtigste. Natürlich hat so ein Umfang, so ein Zubehör natürlich auch seinen Preis. So eine Technik mit dem Display möchte natürlich auch bezahlt werden. Das ist ganz klar. Wir reden hier nicht von einem Nischenprodukt, sondern das ist hier High-End. Und deswegen bezahlt ihr hier für diesen Staubsauger aktuell bei Amazon und auch bei Keep Buying, bezahlt ihr gerade 424,99 Euro. Das ist eine Hausnummer, ganz klar. Aber wenn ihr jetzt zuschlagt und zwar noch bis morgen, bis zum 12. Heute haben wir den 11. Das ist richtig, bis zum 12. Dann könnt ihr noch richtig sparen bei Keep Buying. Und zwar bezahlt ihr dann nur noch mit dem Coupon, zahlt ihr dann nur noch 365,49 Euro. Also das ist schon eine tolle Hausnummer, ein tolles Gerät. Wer jetzt noch zuschlagen möchte bis morgen, ich habe leider das Video nicht eher geschafft, sonst würde ich es eher reingestellt. Dann könnt ihr jetzt noch innerhalb der nächsten Stunden ordentlich Rabatt rausschlagen. Aber wie gesagt, auch für 424,99 Euro finde ich dieses Gerät nicht zu teuer, weil er einfach richtig gut Staubsaugen kann. Und das ist ja jetzt schließlich das Ziel. Man will ja richtig einen gründlich sauberen Boden haben. In diesem Sinne danke ich für euer Interesse. Ich kann euch wirklich diesen H9 Pro nur von Jimmy ans Herz legen. Kauft euch den, denn ihr werdet glücklich sein, zusammen mit diesem Ständer. Also er gibt es auch nur in dieser Kombination. Und ihr seid glücklich. Ihr könnt euren alten Staubsauger wegdonnern. Weil was Einfaches und Besseres gibt es momentan nicht. Und wenn ihr noch Interesse habt, dann könnt ihr natürlich auch auf meiner Facebook-Seite von Martin Hofmeister Unboxing schauen. Dort werde ich täglich die aktuellsten Amazon-Angebote reinsetzen. Da könnt ihr anhand der Links einfach draufklicken, wenn euch das Produkt gefällt und richtig Kohle sparen. Also da kommen jeden Tag jede Menge Angebote rein. So verpasst ihr nichts. Guckt einfach mal bei mir vorbei über Martin Hofmeister Unboxing auf meiner Facebook-Seite. Wo wir schon mal dabei sind. Wenn ihr möchtet, abonniert doch bitte meinen Kanal. Damit unterstützt ihr diesen kleinen und bescheidenen YouTube-Kanal. Und ich würde mich für jedes Like, jeden Daumen nach oben natürlich bedanken. Ja Freunde, ich werde jetzt alles erstmal aufstellen. Werde alles jetzt in meiner Abstellkammer reinstellen. Diesen tollen Ständer zusammen mit diesem Staubsauger. Und dann werde ich erstmal loslegen zur Freude meiner Partnerin. Die wird sich dann freuen, dass sie nicht mehr saugen muss. Denn das mache ich jetzt immer hier mit diesem tollen Jimmy H9 Pro. Ich glaube, sie weiß, dass ich jetzt gelogen habe. Aber nicht das so trotz. Dieses Gerät ist super. Also kaufen und habt viel Spaß. Danke für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Euer Martin Hofmeister. Bleibt gesund.